Der Faschingsumzug in Oberbullendorf, der auch dieses Jahr wieder stattfand, erwies sich erneut als Magnet für zahlreiche Besucher aus der gesamten Region. Mit Vorfreude und Begeisterung strömten die Menschen in die Straßen der Stadt, um an diesem farbenfrohen Spektakel teilzuhaben. Eine bemerkenswerte Eigenheit dieses traditionellen Festes war die Tatsache, dass viele Besucher selbst in aufwändigen Kostümen erschienen waren. Diese bunte Vielfalt an Verkleidungen trug dazu bei, die Atmosphäre des Faschingsumzugs noch weiter zu beleben und zu bereichern. Der Höhepunkt des Tages war zweifellos der Umzug selbst. Jeder Wagen, der durch die Straßen zog, war ein wahres Kunstwerk der Fantasie und des handwerklichen Geschicks. Die Mühe und Hingabe, die in der Gestaltung jedes einzelnen Wagens geflossen waren, waren unverkehmbar und ernten bewundernde Blicke von den Zuschauern am Straßenrand. Die Mühe und Hingabe Die Mühe und Hingabe Die Mühe und Hingabe Die Mühe und Hingabe Die Mühe und Hlinge Musik 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 Das war's für heute. Das war's für heute.